Guten Tag, liebe Leute, wir erzählen euch schon heute, was ihr bald mit uns macht, damit's richtig kracht. Am 6. April, wo jeder hingehen will, ein gutes Motto gibt's auch, und das hauen wir jetzt raus. Wir sagen, grüner wird's nicht, lasst uns nicht im Stich, hier wird es fett erklingen, bei uns in Riela singen. Grüner wird es nicht mehr, hört mal jetzt alle her, es wird riesengroß. Endlich ist es soweit, macht euch schon mal bereit, Plasker legt wieder los. Plasker-Lation! Plasker-Lation! Zicke, 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 zicke! Plasker-Lation! Und ab geht's, und ab geht's, und los geht's! Plasker-Lation, das ist nicht schwer zu verstehen, Plasker-Lation, wir wollen uns schon direkt zu sehen, Plasker-Lation! Und ab geht's, und ab geht's, und los geht's! Macht's gut, wir sehen uns dann!